Da geht auch was. Dann gucken wir mal. 60 Prozent, okay. Dann kann ich jetzt ein Feld anlegen wieder. Natürlich machen wir es erstmal Weizen. So. Schon wieder gestohlen. Ach komm, ey. Ich dachte, ich hätte Banditen abgeschaltet. Warum sind denn die jetzt da? Hm. Einen Typ, den bräuchte ich noch. Verdammt. Mach mal einfach mal den hier. Wenigstens ein bisschen was anbauen. We all know what that means. Okay. 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 Just. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, so, das fällt jetzt fertig. Ein bisschen spät, aber naja, besser als nichts. Und schon wieder Vorräte. Ach komm, äh. Lone, Lone. Lone, Lone. Sore. Oh, la la. Oh, la la. So, Hühnerstall machen wir jetzt. Und die anderen lassen wir erstmal so, wie sie sind. Nee, ich kann mein Haus nicht aufwerten. Das ist das Problem. Das war wahrscheinlich der Fehler. Mir fehlt Regionsvermögen. Sollen wir erstmal ein Dingser bauen? Handelskosten. Ja, ich weiß. Eins nach dem anderen. Alter Mann, das ist kein D-Zuch. Das mit den Vorräten stehlen, das geht mir am meisten auf den Sack. Das bricht mir echt das Genick jedes Mal so viel Essen da weg. Das ist ja echt so ein Katzer. Gerberei? Nee. Ich gucke erstmal, dass ich hier genug Essen und genug Holz habe und alles. Jetzt mache ich zuerst mal hier Handelsposten, damit ich mal hier Einkommen kriege. Und damit ich hier mein Haus wenigstens upgraden kann. Noch vor dem Winter, wenn es geht. Ich muss erstmal Bretter verkaufen. Dann machen wir jetzt wieder einen Holzfäller. Dann machen wir jetzt wieder einen Holzfäller. Ja, die klauen nicht gerade wenig. Das ist so. Ich will mich nicht, ja. So, wie war das jetzt hier? Das habe ich doch deaktiviert. Das müsste doch eigentlich gehen jetzt. Ah, der hat doch jetzt hier 18. Wieso nicht mehr? Nur 18? Wow. Das ist echt wenig. Dann machen wir hier mal noch schnell. Auf die Schnelle. Okay, das hat er jetzt gemacht. Cool. Cool. Vielen Dank.